Das war jetzt eine Ganzkörpermassage durch das Klatschen, die Handreflex, also könnt ihr ruhig noch weitermachen, das tut ja gut, sich mit ihr. Ne, ich glaube, es braucht wirklich viel, dies durchzuziehen, es war nicht immer einfach, bis zum Schluss war es nicht einfach, aber sie haben durchgehalten, sie haben das hinbekommen und es war wirklich eine ganz große Klasse. Das Netzwerk Impfentscheid Deutschland, das soll einfach eine juristische Person sein, weil wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ist man auch einfacher angreifbar und es soll ein Gefäß sein, um wirklich auch zu unterstützen. Das wird sich vom Schweizer Netzwerk, das ist ein eigenes Netzwerk.